Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Heute sind wir schon in Episode Nummer 22 und der heutige Titel Die großen Unterschiede. Wir sprechen heute über ein Thema, das ja schon oft angefragt wurde und was ein bisschen schwierig zu behandeln ist und was auch relativ wenig Kontext bietet und deshalb sich nicht so gut in ein Bild einfügen lässt, wie man das normalerweise gewohnt ist oder wie man das normalerweise vielleicht ganz schön finden würde, wenn man den großen ganzen Zusammenhang sehen kann. Es geht heute um die großen Unterschiede zwischen den Touristen und den Bergsteigern. Angefragt wurde das Thema deshalb, weil ich sehr oft in meinem Podcast, aber auch in anderen Videos, über Touristen spreche und über das Problem mit Touristen. Und dann spreche ich wiederum über Bergsteiger und das Problem mit Bergsteigern. Und ich spreche auch oft über die Industrie und das Problem mit der Industrie. Die Sache ist aber, dass Tourismus und das Bergsteigen nicht so klar und eindeutig definiert ist. Also es gibt nicht wirklich einen Unterschied zwischen Touristen und Bergsteigern. Es gibt auch keine klare Definition, was eigentlich der typische Tourist ist. Also wie finde ich denn heraus, ob ich ein Tourist oder ein Bergsteiger bin? Ich weiß nicht, ob man da wirklich so eine klassische, typische Erklärung dafür finden kann. Aber ich kann ja mal so spaßeshalber eine Wikipedia-Definition des Tourismus raus zitieren. Der Tourismus ist die temporäre Ortsveränderung durch Reisen von Personen in Destinationen, die sich außerhalb ihres üblichen Wohn- und Arbeitsorts befinden. Die reisenden Personen werden Touristen genannt. Und dabei sieht man mehrere Fotos. Einmal sieht man ein Foto, wo jemand in der Serengeti auf Safari ein Foto von irgendwas macht. Dann sieht man da ein Foto beim Münchner Marienplatz, wie Leute beim Glockenspiel Fotos und Videos machen. Und dann sieht man in Namibia jemanden, der gerade von einem Einheimischen etwas kaufen möchte. Insofern, man hat also irgendwie ganz unterschiedliche Wahrnehmungen vom Thema Tourismus und Alpentourismus. Das ist ein großer Begriff, weil er so wichtig ist, weil wir, unter Anführungszeichen, so viel Geld damit verdienen. Darüber haben wir ja vor ein paar Episoden schon mal gesprochen. Aber spannend ist doch eigentlich auch die Frage, warum können wir uns als Touristen eigentlich so gut ausnehmen lassen wie eine Weihnachtsgans? Warum lassen wir uns so gut zu Geld machen quasi? Und der Bergsteiger kann das irgendwie nicht oder man kann das mit dem Bergsteiger scheinbar nicht so gut. Denn mit dem Bergsteiger, da gibt es nicht so viel Werbung dafür, dass die Leute zum Bergsteigen kommen sollen. Es gibt jetzt nicht unbedingt diese typischen Werbespots vom Land Tirol oder vom Salzburger Land oder dem Berchtesgadener Land, wo man jetzt sozusagen die epischen Besteigungen der schweren Gipfel sieht, sondern man sieht eben eher so den Wanderurlauber mit dem Sonnenhut und den Trekkingstöcken und der Hüfttasche mit der Wasserflasche drin und den kurzen Hosen. Nein, ganz wichtig, Zipphosen. Keine kurzen Hosen, Zipphosen, ganz wichtig. Und die wandern da irgendwie so durchs Gemüse und das ist so der Stil, der Look, den man irgendwie aus den Werbespots kennt. Und eigentlich trifft das ja gar nicht so richtig auf einen Bergsteiger zu. Also wenn ich an Bergsteigen denke, dann denke ich irgendwo an schwierige, oder schwierige, aber ja schwierige Wege auf jeden Fall. Vielleicht sogar eine leichte Kletterei, irgendwo auf der Schönfeldspitze oder so. Also das sind doch irgendwie zwei vollkommen absurd weit weg befindliche Vorstellungen von ein und derselben Sache, nämlich dem Bewegen in den Bergen. Aber gut, das ist ja irgendwo auch die Vielschichtigkeit, die der Bergsport mitbringt, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, wer heute sagt, er ist Bergsportler, da ist die zweite Frage, und was machst du denn da so? Also es gibt ja so viele Arten, wie man Bergsport betreiben kann und theoretisch könnte ja auch der Tourist für sich selbst behaupten, dass er ein Bergsteiger, Bergsportler oder so ist. Aber dazu komme ich gleich noch. Grundsätzlich wäre ja schon mal interessant, was ist denn eine mögliche Definition für einen Bergsteiger? Ein Bergsteiger, das ist in meinen Augen und auch natürlich eine Bergsteigerin, ist in meinen Augen jemand, der sich ganz bewusst einer gewissen Gefahr, aber nicht zu viel, aussetzt und dabei gleichzeitig in einer gewissen Naturverbundenheit unterwegs ist und so entweder Gipfel oder gewisse Touren absolviert, die eben wahnsinnig schöne Eindrücke hinterlassen sollen. Und das ist für mich so die typische Definition und der kann, da finde ich mich selber auch irgendwo wieder. Und im Prinzip könnte man sagen, dass man es damit als Rahmenbedingung auch schon sein lassen kann. Der Bergsteiger braucht nicht viel, er ist naturverbunden, er ist relativ nachhaltig unterwegs und sehr umweltfreundlich unterwegs, wenn man das jetzt mit anderen Fortbewegungsmitteln vergleichen möchte. Und er ist in einer gewissen Einfachheit auch mit sich selbst beschäftigt. Also es braucht keine großen Touristengruppen, es ist kein Teamsport, er ist sehr auf sich allein gestellt und durchaus auch gegenüber gewissen Gefahren sehr exponiert, mal mehr und mal weniger. Je nachdem, was er macht und wie er es macht. Der Bergsteiger lebt also irgendwo auch von den Freiheiten, sich nicht definieren zu müssen. Der Tourist muss sich natürlich auch nicht definieren, aber irgendjemand hat ja scheinbar davon profitiert, wie wir gerade festgestellt haben, dass man den Touristen definiert und zumindest intern als eine Zielgruppe betrachtet. Schauen wir uns das Ganze aus der Sicht des Touristen einmal an. Wir haben ein breites Angebot an Hotels in den Alpenregionen im Berchtesgadener Land, irgendwo am Königssee. Da gibt es dann wunderschöne Hotels für 300 Euro die Nacht und da kann man dann wandern gehen und da gibt es ganz viele tolle Wanderwege und Routen. Und da gibt es tolle Bücher dazu, in denen jeder Weg beschrieben wird. Der führt einen dann an ein oder anderer Stelle zu einem wahnsinnig tollen Aussichtspunkt oder sonst irgendeiner Attraktion. Und alle Leute sind ganz happy, dass sie dann hier dementsprechende Erlebnisse haben können. Und natürlich ist der Hintergedanke dabei, immer für die eine Seite Geld verdienen und möglichst viel Umsatz machen, denn davon lebt man irgendwo. Und früher, als der Städtetourismus vor allen Dingen noch ein großes Thema war, als sozusagen das große Reiseziel, das ist noch vor den 70er Jahren gewesen, als die großen Reiseziele, die die Städte waren, Barcelona und Madrid und Paris und Wien und Berlin oder München, da hatte man ein sehr eingeschränktes Gebiet. Die Bezirksränder quasi haben mehr oder weniger auch die Kultur vorgegeben. Und das war irgendwo auch so ein bisschen das Problem jener Städte, die im Zweiten Weltkrieg natürlich den Bomben zum Opfer gefallen sind. Denn sie hatten nicht diese langlebige und uralte Kultur, die man aufbereiten konnte und zu einer mehr oder weniger großen Touristenattraktion aufblasen konnte. Und so hat man aber Gott sei Dank in den 80er Jahren dann die Alpen für sich entdeckt und hat gemerkt, man kann da sehr, sehr viel draus machen. Und man kann vor allen Dingen die Leute an denselben Ort wieder locken und das geht bei Städten sehr, sehr viel schlechter. Das bedeutet, wir haben ein sehr viel breiteres Angebot an Attraktionen unter Anführungszeichen, die dann aber zusätzlich nochmal so aufbereitet werden können, dass die Leute immer wieder kommen. Es gibt zum Beispiel, und das sieht man gerade in der Seenregion, wo Bergseen und so sind, aber natürlich auch auf den großen Seen, die nicht im Gebirge liegen, die Leute kommen immer und immer wieder zum selben Ort, obwohl es eigentlich nichts Neues mehr zu entdecken gibt. Und das liegt daran, weil man die Rahmenbedingungen einfach so anpasst, dass es dann wieder interessant wird für die Leute. Und das macht man in den Alpen sehr intensiv, an Seen macht man das nicht so intensiv, aber Seen haben auch eine ganz andere Idee hinter Tourismus als jetzt das Bergland oder Großstädte beispielsweise. Bei den Großstädten ist das schwieriger. Wenn ich einmal den Fernsehturm in Berlin gesehen habe oder das Brandenburger Tor, dann habe ich es gesehen und es könnte sein, dass es mich vielleicht nochmal nach Berlin zieht, aber im Prinzip ist es nicht meine erste Priorität, nochmal nach Berlin zu fahren. In erster Linie denke ich mir eher, ich habe so viel noch nicht gesehen. Das ist doch viel interessanter als die Dinge, die man schon mal erleben konnte, die man schon mal fotografiert hat, die man schon mal in echt gesehen hat. Und das Ganze funktioniert in den Alpen aber komischerweise anders. Man hat es eben geschafft, durch veränderte Rahmenbedingungen, das Programm so abwechslungsreich zu gestalten, dass die Leute immer wieder kommen wollen. Und ich gebe da jetzt mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel die Region Dachstein, Gosau, Dachstein, Schladming, die hat quasi aus einem einzigen Gebirgsstock, dem Dachsteinmassiv, so viel rausgeholt, dass man eigentlich immer und immer und immer wieder kommen kann. Zumindest, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier Mal, bis man tatsächlich sagen kann, ja gut, jetzt brauche ich mal irgendwas anderes, weil jetzt wird es langsam langweilig. Man hat im Winter die ganzen Skigebiete rund um Schladming und um den Dachstein herum. Man hat im Sommer dann einerseits natürlich die Bahn mit dem Riesenkonzept, was dahinter steht, mit diesem Skywalk, glaube ich heißt das, und der Aussicht auf den Gletscher und auf den Dachstein. Und da kann man dann quasi nochmal ein großes Spektakel draus machen. Dann kann man natürlich den Dachstein besteigen, selber auch noch. Dann kann man nochmal im Bereich des Gosauer-Gletschers wandern gehen. Man kann sich den niederen Dachstein anschauen. Man kann über die Simoniehütte wandern und auf kleine Nachbargipfel und so. Also man hat das alles natürlich touristisch irgendwie auch schon so angelegt, dass man viel machen kann und dass die Leute immer und immer wieder kommen können. Das bedeutet, Wege werden gut ausgeschildert. Es gibt viele Bücher, die darüber informieren und so weiter. Das alles wäre nicht notwendig. Das bedeutet, wofür hat man das letztlich gemacht? Naja, schon irgendwie für jemanden, der immer wieder kommen soll und der vor allen Dingen regionsfremd ist. Denn jemand, der in Gosau oder in Schladming wohnt, der braucht diese Führer in der Regel nicht. Der kriegt das als Kind schon so eher an die Hand und der wird da mitgenommen aus der Familie. Also der wird selten ein Buch über die Schladminger Alpenregion zu Hause stehen haben mit den beliebtesten Wanderungen der Region. Der wird eher froh sein, wenn er etwas findet, wo keiner unterwegs ist. Also wir sprechen hier schon von der Zielgruppe weit, weit weg und vor allen Dingen uninformiert aufgrund der Tatsache, dass man eben nicht in der Gegend wohnt. Und das wäre eigentlich meine Definition von Tourismus. Also ja, es liegt, wie Wikipedia uns erzählt, natürlich eine gewisse temporäre Ortsveränderung vor. Aber dahinter steckt eigentlich noch viel mehr, das Interesse daran, was Neues zu entdecken und irgendwie Eindrücke aus einer Region mitzunehmen. Und wenn man das dann in derselben Region mehrfach machen kann, dann ist das natürlich schon etwas ganz Besonderes. Und das ist eben, wie vorhin schon erwähnt, dieser gigantische Kontrast zu Großstädten. Weil, wie gesagt, in München, da komme ich einmal hin, schaue mir die Stadt an, wundere mich dann so ein bisschen, warum die Mieten da zu teuer sind und dann fahre ich wieder nach Hause. Und in den Bergen, da komme ich und komme ich und komme ich und eigentlich verändert sich immer ein bisschen was und die Eindrücke sind immer ein bisschen andere. Vielleicht ist das Wetter mal nicht so gut und dann komme ich nochmal und es ist schöneres Wetter und so weiter. Das heißt, der Tourist, der ist natürlich am Berg gut beschäftigt. Und jetzt ist die Frage, bin ich eigentlich als Bergsteiger mehr oder weniger nicht auch Tourist, wenn ich fremd bin? Also es gibt ja Bergsteiger aus Hamburg zum Beispiel oder aus Berlin oder aus Köln, die sind so weit weg von den Bergen, dass sie definitiv aus Wikipedia-Sicht zumindest als Touristen gelten würden. Weil die Ortsveränderung ist definitiv so groß, dass man davon sprechen kann, dass sie schon eine größere Reise auf sich nehmen müssen. Also ist jetzt jeder ein Tourist, der als Kölner Bergsteiger oder als Hamburger Bergsteiger in den Bergen unterwegs ist? Ich würde sagen, ja und nein. Und ich glaube, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Frage, die vor allen Dingen für viele Leute interessant sein könnte, wenn sie sich die Frage stellen, ob sie eigentlich den Tourismus und alle Folgen, die damit einhergehen, fördern oder nicht. Ich glaube schon, dass jeder Hamburger und Berliner, der in die Berge fährt, in gewisser Weise ein Tourist ist. Genauso wie wenn ein Bayer hier nach Innsbruck kommt, um sich die schöne Kletterhalle anzuschauen, ist es genauso eine Art des Tourismus. Zumindest für uns hier, für die Industrie. Da kommt jemand von weiter weg und ist hier bei uns unterwegs und konsumiert vielleicht, bezahlt vielleicht irgendwas und so weiter. Das bedeutet, irgendwo fördert er diesen klassischen Tourismus, den man so kennt. Er selber betrachtet sich aber vielleicht nicht als Tourist. Er selber möchte vielleicht eigentlich Berge besteigen. Er möchte ein Bergsteiger sein und damit sollte er sich doch eigentlich nicht als Tourist fühlen. Interessanterweise gibt es wenige Bergsteiger, die aus dem hohen Norden beispielsweise kommen oder auch von wo ganz woanders her, die sich selber als Touristen bezeichnen würden. Wo ich dann immer sage, naja, du bist eigentlich schon ein Tourist. Und ich finde, und das muss ich jetzt hier gleich etwas einschieben, es ist nicht wichtig, ob man ein Tourist ist oder ein Bergsteiger ist. Es kann, also für mich ist es nicht wichtig. Es kann aber für die eigene Definition und für die eigene Wahrnehmung definitiv interessant und spannend sein, sich diese Frage zu stellen. Denn letztlich ist es schon so, dass wenn ich als Hamburger oder als Berliner in die Berge fahre, ich mich bewusst dafür entscheiden muss, ob ich die touristische Infrastruktur in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Und ich habe auch in meiner Community Leute, die sagen, sie möchten zum Beispiel durch Österreich durchwandern und sie möchten da Weitwanderwege absolvieren etc. Und die sind dann schon am Überlegen, machen sie das mit einem Zelt, machen sie das mit Hütten, nehmen sie irgendwelche Abkürzungen in Form von Bussen oder so über die Fahrtenstrecken in Anspruch oder nicht, nehmen sie Seilbahnen, die am Weg liegen und sozusagen eh schon sich anbieten, nehmen sie diese in Anspruch oder nicht. Also das sind schon Fragen, die man sich stellt, die letztlich einen Effekt haben, die eine Auswirkung darauf haben, ob wir in Österreich, ob wir als Tourismusanbieter quasi, also nicht ich direkt, aber grundsätzlich, Tirol zum Beispiel, ob wir euch, wenn man das jetzt ein Wir-und-Ihr-Gefühl mal kurz einführen möchte, ob wir euch als Touristen betrachten oder nicht. Denn ihr seid im Prinzip, und das kann man in aller Härte so sagen, für die Tourismusanbieter natürlich Ware. Ihr seid, also ihr seid nicht Ware, aber ihr seid sozusagen die Geldgeber. Ihr seid im Prinzip wandelnde 100-Euro-Scheine, die durch die Alpen spazieren. Und die Frage ist nur, wie kann man euch am besten einsammeln? Und das ist natürlich etwas, dem kann man widerstehen. Man muss nicht. Es gibt viele Leute, die genießen die Tatsache, dass sie vom Tourismus so umgarnt werden. Also ich kenne das zum Beispiel auch aus anderen Kulturen. Wenn man nach Nepal fliegt beispielsweise, dann hat man dieses Gefühl, irgendwie alle wollen sich um einen kümmern. Alle Leute sind so unfassbar freundlich zu einem, alle Leute sind sehr entgegenkommend, wollen einem immer gleich irgendwie helfen und so. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl, als hätten alle Leute dort nur das Beste im Sinn und sie haben so eine Positivmentalität, die sie ausstrahlen und die sie teilen möchten. Wenn man sich aber abseits der touristischen Gebiete bewegt, merkt man plötzlich, dass diese Positivmentalität gar nicht vorhanden ist. Und wer dann anfängt, etwas differenzierter über das nachzudenken, wird merken, dass diese Leute nicht viel anders sind wie wir. Sie leiden sehr unter der Tatsache, dass sie arm sind. Sie leiden sehr unter der Tatsache, dass sie keine vernünftigen Bildungs- und Gesundheitschancen und Möglichkeiten haben. Und dementsprechend sind sie auch keine sehr fröhlichen Menschen. Das bedeutet, die Fröhlichkeit ist irgendwo aufgesetzt. Es handelt sich hierbei um eine künstliche, um eine künstliche Fröhlichkeit und einen künstlichen Positivismus, dem man den Menschen gegenüberbringt, um ihr Geld zu bekommen. Denn das brauchen diese Leute. Und in Österreich sind wir eigentlich in dieser scheiß privilegierten Situation, dass wir das Geld der Touristen nicht unbedingt so bräuchten. Zumindest nicht so, wie es heute praktiziert wird. Dass die, dass drei, vier, fünf Personen in Tirol im Prinzip über 50 bis 60 Prozent des Tourismus eigentlich besitzen und dementsprechend alles verdienen daran. Und der Rest eigentlich aus Kleinstwirtschaft lebt und dementsprechend eine kleine Pension vielleicht irgendwo hat und sich so in großer Arbeit und großer Mühe irgendwie nur knapp über Wasser hält. Denn das sind die aktuellen Situationen in Tirol. Und das darf man sich nicht schönreden. Wir reden wirklich davon, dass nur Einzelpersonen, ganz, ganz wenige vom Tourismus in Tirol profitieren und natürlich mehr oder weniger auch der Staat in Form von Steuereinnahmen. Aber den kleinen Mann, die kleine Frau, wird man mit seinem Tourismus hier in Tirol selten unterstützen. Gerade wenn man eine Seilbahn verwendet oder wenn man in ein großes Hotel irgendwo in Seefeld oder vielleicht auch in meinetwegen Lengenfeld oder in Sölden sich einquartieren würde. Das unterstützt kleine Betriebe selten. Denn die kleinen Betriebe wurden dort schon vor langer, langer Zeit verstoßen, weil eben die großen Mogule hier mehr Platz haben wollen. Und das kann man jetzt einfach mal ganz wertfrei so stehen lassen. Aber ich finde, es ist wichtig, wenn man fragt, wenn man sich selber fragt, möchte ich als Tourist in Österreich unterwegs sein oder als Bergsteiger, dass man, wenn man sich den Tourismus als schöne, nette Erholung vom Alltag anschauen möchte, man schon sich bewusst machen muss, dass es hier kein gutes Gewissen gibt. Dass man hier kein gutes Gewissen haben muss, wenn man die kleinen Örtchen unterstützt. Denn in den kleinen Örtchen sitzen in der Regel trotzdem die großen Leute. Also man unterstützt nicht die Bevölkerung in dem Sinne, man sorgt für viele Steuereinnahmen, aber sie enden, der große Gewinn, der große Teil des Geldes landet unter Anführungszeichen bei den falschen Leuten. Ich möchte hier nicht gegen Reiche wettern. Das ist langweilig. Also die meisten dieser Betriebe haben sich es auch mehr oder weniger erarbeitet, ihren Status. Insofern ist das ja nicht schlecht. Man sollte aber trotzdem darüber nachdenken, ob wir Bergsteiger als Leute, die ja gerne naturbewusst und umweltbewusst und vor allen Dingen nachhaltig und in einem gewissen Abenteuer unterwegs sein wollen und nicht ganz bewusst dieser Infrastruktur entziehen, um dementsprechend auch dieses veränderte Erlebnis zu unserem eigenen Vorteil zu nutzen. Und das kann man auch etwas konkretisieren, indem man sagt, okay, ich nehme das Fünf-Sterne-Hotel oder das Vier-Sterne-Hotel oder das Luxus-Apartment irgendwo in Kufstein, nicht in Anspruch, ganz bewusst nicht in Anspruch, um mich mehr dem Bergsteiger sein, dem Abenteuer auszusetzen. Denn ganz absurd finde ich diese Gedanken dann, wenn man sich ins Fünf-Sterne-Hotel in Innsbruck einquartiert oder in ein Chalet irgendwo am Hang und dann geht man einmal um den Block wandern und dann hat man selber irgendwie so dieses Gefühl, dass man ein Bergsteiger ist oder so. Ich glaube, da lassen die Leute sehr viel Potenzial liegen und ich werfe ihnen nicht vor, dass sie sich selbst als die großen Alpinisten bezeichnen, wenn sie einmal auf den Batschakofel raufgewandert sind oder nicht. Das werfe ich ihnen wirklich nicht vor, sondern ich möchte viel mehr darauf hinaus, dass die Leute sehr viel Potenzial, sehr viele Möglichkeiten liegen lassen, sei es bewusst, aber auch unbewusst und vielleicht sollte man sich selbst diesem Bergsteiger sein aussetzen und deswegen finde ich die Unterscheidung zwischen Bergsteiger und Tourist interessant, wenn auch nicht unbedingt notwendig, weil man sich dann ganz bewusst dafür entscheiden kann, ein Bergsteiger würde wahrscheinlich nicht das Angebot einer Seilbahn nutzen und würde wahrscheinlich auch nicht die Fünf-Sterne-Charles irgendwo mit Limousinen-Service nutzen, auch wenn er die finanziellen Möglichkeiten hat. Der Bergsteiger würde in der Regel auch nicht das Hüttentaxi verwenden oder so, denn das sind alles Prozesse, die das eigene Erlebnis, dieses Erlebnis der typischen Bergsteiger, das Abenteuer, mehr oder weniger, aber vielleicht auch das Leid eines harten, langen Zustiegs, woraufhin natürlich das Glücksgefühl erfolgt, dass man es geschafft hat. Dem Ganzen entzieht man sich irgendwie und das, glaube ich, könnte ein Einschnitt im Erlebnis sein. Deswegen ist die Unterscheidung für mich schon wichtig, zumindest wenn ich in der Situation bin, dass ich mich entscheiden muss, ob ich ein Tourist oder ein Bergsteiger sein möchte, denn es beeinflusst alles nachhaltig mein Erlebnis, mein Ergebnis und das alles kann für Leute, die dieses Jahr in den Alpen Urlaub machen wollen, natürlich interessant sein. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, das ist irgendwie ein Randthema oder das ist so ein philosophisches Thema, über das man eigentlich nicht so viel diskutieren muss, aber es könnte durchaus interessant sein, wenn man festlegt, was will ich denn dieses Jahr in den Alpen machen, dann könnte man mit einer ganz grundlegenden Unterscheidung, ob man ein Tourist oder ein Bergsteiger sein möchte, vielleicht schon eine Richtung vorlegen. Und ich möchte da einen kleinen Einblick auch in meine Projekte liefern, zumindest etwas diffus, weil anders geht es leider gerade nicht, aber ich habe ein Projekt in Planung für Ende des Sommers, da geht es darum, dass ich theoretisch die Möglichkeit hätte, sehr viel Infrastruktur zu nutzen und mir damit das Leben relativ leicht zu machen und einen bestimmten Berg dadurch sehr leicht zu besteigen. Die Idee dahinter ist, dass ich ihn aber eigentlich aus vollkommen eigener Kraft und unter den schwerstmöglichen Bedingungen besteigen will. Das ist quasi das mentale Projekt dahinter. Ich möchte die widrigsten und unmöglichsten Umstände, die ich zu dieser Zeit auf dem Berg vorfinden kann. Und so mache ich mir das Leben im Prinzip unter Anführungszeichen unnötig schwer. Viele würden sagen, das ist dumm, weil du hast so viel Infrastruktur, du hast Hütten, du hast Bahnen und so weiter, die du theoretisch nutzen könntest. Aber das Interessante ist, dass ich mich damit zum Touristen machen würde und genau das will ich in dem Fall nicht sein, weil mir dadurch viele Erlebnisse entgehen. Und das ist, also man kann das jetzt durchaus als ein kleines Plädoyer oder zumindest ein Angebot betrachten, zu sagen, gestalten wir doch den Urlaub nicht mit 5000 Hüttenübernachtungen. Es ist ja auch ein organisatorisch betrachtet unglaublich schwieriges Unterfangen, sich so einen Urlaub so zurechtzulegen, weil dann passt irgendwo das Wetter nicht, dann muss man unter widrigen Bedingungen irgendwo hingehen, wo man gar nicht hingehen will, weil das Wetter noch beschissener ist und so weiter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es aus bergsteigerischer Sicht in den Alpen, ja sagen wir einfach etwas angenehmer, entspannter, etwas schöner ist. Das bedeutet aber eben gleichzeitig, dass man sich ein bisschen dem Komfort entziehen muss, dass man vielleicht nicht immer auf einer Hütte schlafen kann, sondern sich manchmal einen sicheren Ort zum Zelten suchen muss, dass man mehr sich mit dem Thema Naturschutz beschäftigen kann, was natürlich eine Chance ist, auf der anderen Seite aber dafür dann eigentlich keine Seilbahnen nutzen kann. Denn auch hier wird wieder einerseits das Erlebnis beschnitten, andererseits unterstützt man auch die Tatsache, dass man die Natur beschneidet, eben um Seilbahnen, und darüber haben wir auch schon zu Genüge gesprochen, dass man Seilbahnen fördert. Also natürlich ist die Definition nicht so wichtig. Also wir müssen nicht unbedingt wissen, ob wir ein Tourist sind oder ob wir Touristen sind oder Bergsteiger sind. Aber es könnte eine interessante Frage sein, die man sich selbst stellen kann. Bin ich eigentlich in dem heurigen Urlaub? Möchte ich heuer ein Tourist sein oder möchte ich ein Bergsteiger sein? Es kann die Ansätze für den Urlaub sehr stark beeinflussen, sehr stark auch vielleicht verändern. Denn wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich mehr Dinge danach ausrichten und erfahre im Endeffekt ein besseres Erlebnis oder vor allen Dingen eher ein Erlebnis, so wie ich mir das vorgestellt habe, als wenn ich einfach blind drauf losgehe und einfach mal irgendetwas mache. Das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Plädoyer für intensivere und bessere Planung und das ist ganz gut. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass nur weil ich jetzt als Tourist unterwegs bin, ich definitiv nicht schlechter bin oder besser bin als der Bergsteiger. Ich persönlich bin als die Alpen Academy quasi natürlich jemand, der sehr unterstützt und befürwortet, wenn Leute als Bergsteiger unterwegs sind und nicht die ganze touristische Infrastruktur nutzen. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, wenn man das Bedürfnis danach hat. Denn bergsteigerisch unterwegs zu sein, birgt mehr Gefahren, birgt mehr Verantwortung gegenüber der Organisation und mehr Verantwortung vielleicht auch gegenüber der eigenen Gruppe, in der man unterwegs ist, zum Beispiel, wenn man sich das selber organisiert und selber plant. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, hey, ich will Urlaub machen. Ich will eigentlich ja meine Ruhe haben und nicht jetzt noch viel mehr planen müssen, sondern ich finde es ganz gut, wenn ich in ein Hotel komme und in diesem Hotel liegen dann schon die passenden Bücher für die Region parat und da mache ich dann meine kleinen Tagesausflüge und dann komme ich wieder ins Hotel zurück und dann gibt es am Abend noch eine Massage, Abendessen und dann gute Nacht. Insofern, das ist etwas, das kann ich nachvollziehen, dass man da ein gewisses Bedürfnis hat. Aber ich sage nur, man könnte eben, und das ist eben nur als Vorschlag zu betrachten, man könnte eben im Vorhinein darüber nachdenken, ob man nicht irgendwie, ja, vielleicht doch eine andere Richtung einschlagen möchte, ob man ein anderes Erlebnis sich erwartet und wie man das dann anlegen könnte. Ein lustiger Punkt und darüber möchte ich jetzt noch zum Schluss so ein bisschen hinkommen, ist dieser Witz zwischen Fremdbild und Selbstbild. Denn viele Leute und viele Touristen und ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, nicht weil ich jemanden auslachen möchte, sondern weil ich einfach diese Wahrnehmung so spannend finde, ist, eine witzige Tatsache ist, dass viele Leute, die als Touristen hierher kommen und dann in ihrem Fünf-Sterne-Spa von dem aus immer Tagestouren machen und ein bisschen wandern gehen und einen erholsamen Aktivurlaub, wie es viele nennen, sich dann als Alpinisten bezeichnen, weil sie waren in den Hohentauern oder sie waren im Ötztal. Und das ist dann immer sehr amüsant, denn man unterhält sich mit diesen Leuten dann und sie wollen sich selber auf eine Ebene mit einem befördern. Nicht, dass ich auf einer höheren Ebene sitzen würde, sondern auf einer ganz anderen. Es ist nicht so, dass ich quasi im Hochhaus in einem höheren Stockwerk wohne, sondern ich wohne in einem anderen Haus. So, also wir sprechen quasi aneinander vorbei, wenn wir beide als Alpinisten sprechen. Und deswegen ist das immer ganz amüsant, denn für mich sind anspruchsvolle Bergtouren etwas ganz anderes, als für den, der aus dem Fünf-Sterne-Hotel heraus die Wanderungen unternimmt. Und genauso finde ich es auch immer ganz interessant, wenn Bergsteiger Urlaub machen in den Bergen, also wenn quasi ein Bergsteiger, der aus der Steiermark als Bergsteiger kommt und dann in Tirol natürlich auch ein Urlauber ist. Er ist natürlich auch mehr oder weniger ein Tourist, wenn er hier Bergsteigen geht. Und dementsprechend ist das ganz witzig, weil er dann natürlich als Tourist und als Alpinist spricht und sich mit den Leuten dort unterhält. Und alle Leute dort sehen ihn aber irgendwie als Touristen. Er selbst sieht sich natürlich irgendwo als Alpinist, denn er ist ein Bergsteiger. Und so redet man dann ganz oft aneinander vorbei und das kommt dann manchmal zu ganz absurden Situationen, weil da sitzt dann einmal der Hamburger, der quasi einmal im Jahr in die Berge fährt. Dann sitzt da der Steirer, der eigentlich jeden Tag Bergsteigen geht, aber eben nicht von da ist. Und dann sitzt da eben der Ötztaler, der sich eigentlich fragt, warum er der Einzige ist, der ein Alpinist ist und die anderen beiden reden nur davon. Also es sind ganz witzige Gespräche manchmal dann dabei, weil der eine sagt dann, er war extrem Bergsteigen und dann war er eben auf seiner kleinen Wanderung, weil er sich eben aus seinem 5-Sterne-Spa rausgetraut hat. Das war dann seine Extremtour. Und der andere, der hat dann irgendwie die, keine Ahnung, irgendwann die hintere Schwärze bestiegen oder so. Und das sind dann, dann definiert man sich irgendwie so gleich und deswegen finde ich einfach dieses Selbstbild und Fremdbild, ich finde es einfach ganz amüsant. Ich finde diese Unterhaltungen da teilweise zuzuhören. Ganz witzig ist das auf der Martin-Busch-Hütte. Die ist im Wendt, ist es im Ötztal. Das ist wahnsinnig amüsant, weil da treffen eben diese Welten von den Bergsteigern, die quasi einmal im Jahr aus Hamburg anreisen, dann die Bergsteiger, die irgendwo aus den Zentralalpen direkt heraus, die nun hier sind, um neue Berge zu besteigen und die treffen da irgendwie aufeinander und das ergibt dann meistens ganz, ganz lustige Konstellationen, wo man dann auch so ein bisschen ein Brustklopfen erlebt und das ist dann so ein bisschen wie bei den Pavian-Männchen, die sich ums Weibchen streiten, nur eben ohne Weibchen eben. Also die, da kommen dann die ganz großen Vergleiche auf und da wird dann der Deutsche belächelt vom Österreicher und dann wird der Österreicher als arrogante Sau vom Deutschen bezeichnet oder ich habe da schon lustige Sachen erlebt, insofern, das wollte ich nur nochmal als Anekdote reinstreuen, da gibt es dann ganz witzige Erkenntnisse auch gegenüber Menschen. Tourist und Bergsteiger, das sind eben zwei Welten, die sich definitiv miteinander verbinden lassen, aber es ist definitiv etwas anderes. Der Bergsteiger ist ein puristischer Typ, ein natürlicherer Typ, er nutzt weniger Infrastruktur und das ist nicht schlechter oder besser, als wenn man viel Infrastruktur nutzt, es ist einfach nur was anderes und wir sollten akzeptieren, dass die andere Seite, die Touristen, genauso eine Daseinsberechtigung haben, sie unterstützen nicht nur die Wirtschaft in Bayern, Tirol, in Italien, in der Schweiz, sondern sie sind eben auch daran interessiert, so ein bisschen was von dem Leben zu erleben, was es hier tagtäglich für die Einheimischen gibt. Und insofern ist das genauso zu respektieren, wie der Bergsteiger, der hier für die größten und schwersten alpinistischen Projekte herkommt und im Prinzip gar kein Geld da lässt. Das Problem ist nur, dass die Akzeptanz gegenüber der anderen Gruppe leider immer weniger wird. Und ja, ich habe darüber schon gesprochen, dass man sich gegenseitig nicht irgendwie einteilen sollte in Gruppen und in vielen anderen Podcasts habe ich schon davon gesprochen, dass wir immer feindseliger gegenüber einander werden in den Bergen. Also darauf brauche ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber man sollte trotzdem noch mal erwähnen, dass die Akzeptanz für Bergsteiger genauso da sein sollte wie für Touristen. Wir sind aus unterschiedlichen Gründen hier in den Bergen unterwegs, aber es ist einerlei, wir sind alle Menschen und wir sind alle, egal ob unsere Beweggründe extrem sind, abenteuerlich sind oder einfach nur um die Aussicht zu genießen, ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig hier tolerieren und auch nicht uns das Gefühl geben, dass der eine dem anderen den Schlafplatz zum Beispiel auf der Hütte wegnimmt, obwohl er hier ja gar nicht extrem mächtige Berge besteigen will, sondern einfach nur wandern geht, also unter Anführungszeichen nur wandern geht. Das heißt, der Tourist hat genauso eine Daseinsberichtigung, auch im Hochgebirge auf einer Hütte zu schlafen, wie der Bergsteiger. Also wir haben hier kein Privilegienbergsteigen, wir haben keine Vorrechte, nirgends irgendwo. Insofern seid da auch ein bisschen entspannter, wenn es darum geht, ob man jetzt einen Tourist oder einen Bergsteiger vor Ort trifft oder selber einer ist und sich selber definiert. Und man sollte natürlich auch überlegen, ist meine eigene Definition, ist das Selbstbild, das ich habe, entspricht das überhaupt dem, naja, sagen wir objektiven Charakter eines Touristen oder eines Bergsteigers oder kann ich mich eigentlich schon selber zu einem ganz anderen Lager dazu zählen und wäre nur gern ein Bergsteiger oder wäre nur gern ein Tourist. Wie relevant das Thema jetzt für den einen oder anderen ist, ist ganz unterschiedlich. Ich glaube aber schon, dass der ein oder andere, der heuer dieses Jahr Urlaub hier in den Bergen machen will oder wird, vielleicht schon überlegt, will ich dieses Jahr mit viel Infrastruktur reisen, möchte ich jede Hütte mitnehmen, möchte ich jede Seilbahn mitnehmen, möchte ich jedes Hüttentaxi verwenden oder eben nicht. Und ich glaube, dass solche Fragen leichter beantwortet werden können, wenn man sich den Gedanken macht oder die Gedanken macht darüber, ob man eigentlich mit dem Gedanken zurückkommen möchte aus dem Urlaub, dass man als Bergsteiger unterwegs war oder eben als Touri. Und es ist nichts Verwerfliches daran, als Tourist unterwegs zu sein. Ich bin als Tourist in Berlin, ich bin als Tourist in München, auf Sardinien, in Nepal, in Russland, wo auch immer. Da bin ich nicht als Bergsteiger, weil da sind größtenteils keine Berge. Insofern, das ist nichts Verwerfliches, überhaupt nicht. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch in der Überlegung, wie man unterwegs sein möchte. Denn da, das ist das Schöne, die Berge bieten eben die Möglichkeit, beides zu sein und auch immer wieder zu kommen, wie wir am Anfang ja gesagt haben. Einmal als Bergsteiger, einmal als Tourist, ist doch ganz egal, ist auch ganz unterschiedlich. Und das bieten eben viele Dinge und deswegen schätze ich die Alpen so sehr. Viele Orte bieten diese Gelegenheit nicht. In Paris kann ich nicht als Bergsteiger kommen. Ich werde höchstens den Eiffelturm besteigen und das ist keine große alpinistische Herausforderung. Als Bergsteiger in Paris ist jetzt genauso sinnlos wie, ja, als Städtetourist im Wendt, im Ötztal. Das heißt, wir sind irgendwo beides. Wir können in den Alpen beides ausleben und das ist eine Möglichkeit, die wir in London, Paris, Moskau und, naja, von mir aus auch in München eher nicht so haben. In diesem Sinne, seid ihr dieses Jahr in den Alpen unterwegs, würde mich schon sehr interessieren. Schreibt es gerne an kontakt.alpenacademy.at Ich lese natürlich alle Mails und Antworten, auch wenn es Fragen gibt, gerne darauf. Dauert manchmal nur ein paar Tage. In diesem Sinne hoffe ich. Ihr habt jetzt noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns am Sonntag. Da sprechen wir dann über ein ganz, ganz anderes Thema, nämlich über das Thema Bergführer. Bis dahin, Bergheil!